. So, wenn wir grad bei was Bayerischem schauen, kriegt der Günther heute was Bayerisches. Bei uns ist grad Wiesel angegangen heute. Der Philipp, der ist wahrscheinlich grad auf dem Heimweg. Hoffen wir wenigstens. Oder sitzt er noch im Fünfer-Looping? Ja, da haben wir noch was Kleines mitgebracht. Ein kleines. Ein schönes Applaus-Paket. Ich muss ja die gleich auspacken. Vielleicht ist ja ein Belätschen drin, oder... So. Fack, was halt noch mal rein. Das war's. Höch, das war's. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Musik 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 Musik